Seit Mitte März fahre ich fast täglich mit dem KQi3 Pro E-Scooter von NIO zur Arbeit und im heutigen Video schauen wir uns den E-Scooter einmal etwas genauer an und ich möchte die Frage klären, ob und für wen sich dieser E-Scooter lohnt. Wenn dich Videos zu Technik und zu coolen Gadgets interessieren, dann lass doch jetzt gerne ein Abo da, damit du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst und wir werfen jetzt einen etwas genaueren Blick auf den KQi3 Pro von NIO und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Werfen wir zuallererst einmal einen kurzen Blick in den Lieferumfang und hier ist natürlich zuallererst einmal der E-Scooter mit dabei, inklusive Werkzeug, weil eben noch ein Kabel am Lenkrad zusammengesteckt werden muss und daraufhin wird eben das Lenkrad mit vier Schrauben fixiert. Außerdem ist natürlich ein Netzteil mit dabei, ein Ladekabel, um den E-Scooter aufzuladen und auch eine Bedienungsanleitung. Bevor wir uns den E-Scooter jetzt im Detail anschauen, möchte ich gerne noch auf ein paar rechtliche Dinge eingehen, was eben relevant ist, um in Deutschland mit einem E-Scooter fahren zu dürfen. Dieser muss zuallererst eine deutsche Straßenzulassung haben, in dem Fall hat der KQi3 Pro diese natürlich und genau dann benötigt ihr eine Haftpflichtversicherung inklusive Klebekennzeichen. Dieses könnt ihr dann am E-Scooter befestigen und daraufhin ist es eben möglich, dass ihr damit fahren dürft. Meine Haftpflichtversicherung verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Grundsätzlich ist es in Deutschland ab 14 Jahren erlaubt, mit einem E-Scooter auf öffentlichen Straßen zu fahren. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass ihr eben nicht auf Fußwegen fahrt, sondern nur auf Straßen und auf Fahrradwegen. Und ihr benötigt keinen Helm, also es gibt keine Helmpflicht, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, gerade wenn man irgendwie auf Straßen fährt, einen Helm zu tragen. Machen wir nun weiter mit dem Design und der Verarbeitung. Und die Verarbeitung ist hier in diesem Fall wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, es wurden hochwertige Materialien, Metalle verwendet, die Gummistehfläche ist widerstandsfähig und auch schön groß. Und insgesamt macht alles einen wirklich sehr soliden Eindruck. Entsprechend schwer ist der E-Scooter allerdings auch mit ganzen 20 Kilogramm. Natürlich könnt ihr den E-Scooter zusammenklappen, um ihn dann zum Beispiel zu tragen oder auch mit in den Bus oder in die Bahn zu nehmen, was auf jeden Fall sehr schön ist, aber wie gesagt 20 Kilo ist schon ganz schön schwer. Das Design empfinde ich persönlich als sehr schick und modern und je nachdem, welche Farbe ihr wählt, habt ihr dann noch so ein paar Akzente, in meinem Fall in Rosé-Gold. Und insgesamt ist der E-Scooter auf jeden Fall nicht, sondern nicht klein und kompakt, sondern schon ein ziemlich großes Modell. Die verbauten Luftreifen sind schön groß, um eben stabil und sicher auf der Straße, aber eben auch auf Schotterwegen oder auch bei Regen fahren zu können. Sprechen wir als nächstes über die wichtigsten Fakten rund um den Nio KQi 3 Pro. Und zuallererst haben wir hier eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 20 kmh. Das ist in Deutschland gesetzlich so vorgeschrieben. Das heißt, in Deutschland darf er nicht schneller fahren, wenn ihr auf öffentlichen Straßen mit einer Straßenzulassung mit Kennzeichen fahren wollt. Auf Privatgelände ist das Ganze natürlich was anderes. In diesem Fall ist er aber eben auch auf maximal 20 kmh ausgelegt. Das heißt, ihr könnt damit auch nicht schneller fahren. Mit dem E-Scooter könnt ihr über 50 km weit fahren. Das ist aber davon abhängig, in welchem Modus ihr fahrt und wie schwer ihr seid. Das heißt, wenn ihr nicht allzu schwer seid und im Eco-Modus fahrt, dann sind über 50 km möglich. Wenn ihr die 100 kg wiegt, die maximal hier als Grenze sozusagen vorgegeben werden und ihr im Sportmodus fahrt, dann sind 50 km auf jeden Fall nicht zu erreichen. Der verbaute Akku hat eine Leistung von 486 Wh, eine maximale Durchschnittsleistung von 600 Wh und der Akku lädt insgesamt in sechs Stunden komplett voll. Verbaut wurden Doppelscheibenbremsen und ihr habt die Möglichkeit, über den Lenker links und rechts zu bremsen. Eine Rücktrittbremse sozusagen mit dem Fuß gibt es allerdings nicht. Ein sehr schönes Feature ist die Bremsenergie-Rückgewinnung. Das heißt, wenn ihr bremst oder wenn ihr langsamer fahrt und sozusagen ausrollt, dann wird euer Akku wieder geladen, was eben dafür sorgen kann, dass insgesamt die Reichweite etwas erhöht wird. Am Lenker befindet sich dann außerdem noch eine Klingel, es ist natürlich eine Leuchte mit dabei und auch ein Gaspedal, wobei ich mir beim Gaspedal so eine Art Tempomat wünschen würde. Das heißt, man hat zum Beispiel drei oder fünf Sekunden auf 10 kmh das Ganze beschleunigt und daraufhin wird eben dieser Tempomat gestartet. Das fände ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland rechtlich erlaubt ist, aber grundsätzlich wäre das ein sehr praktisches Feature, damit man einfach bestimmte Geschwindigkeiten halten kann und nicht dauerhaft das Gaspedal nach unten drücken muss. Zu guter Letzt gibt es dann noch ein kleines Display und dieses wird über einen Button aktiviert und über diesen Button könnt ihr auch zwischen den Modi wechseln, zwischen Sport und Eco. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die App-Verbindung einzusehen, ob eben per Bluetooth aktuell euer Smartphone verbunden ist und ihr seht auch den aktuellen Akkustand. Wo wir gerade schon die App angesprochen haben, es gibt natürlich auch einen App-Support. In dieser App könnt ihr dann den E-Scooter erst einmal registrieren und dann könnt ihr eben per Bluetooth direkt in der App sehen, wie der aktuelle Akkustand ist. Außerdem könnt ihr eben die gefahrenen Strecken einsehen oder eben auch ganze Fahrstatistiken. Also da gibt es dann noch einige Informationen, die ihr noch zusätzlich in der App einsehen könnt. Zusätzlich gibt es dann noch einen Live-Tacho, was euch eben Informationen zum aktuellen Geschehen anzeigt und es gibt auch ein Log-Symbol, womit ihr sozusagen einen Diebstahlschutz aktivieren könnt. Da wird dann Alarm ausgegeben, sollte der E-Scooter bewegt werden, wenn dieser Diebstahlschutz aktuell aktiviert ist, was ich auch sehr praktisch finde. Und damit wären wir jetzt auch schon bei meinem Fazit angekommen und ich persönlich bin mit dem NIO KQi3 Pro E-Scooter wirklich sehr zufrieden. Er bietet eine sehr hohe Reichweite, eine gute Verarbeitungsqualität und viele zeitgemäße Features für einen E-Scooter, die eben 2022 Standard sein sollten. Die App ist schön übersichtlich und simpel aufgebaut. Alle wichtigen Informationen werden angezeigt und es gibt auch einen Diebstahlschutz, der auf jeden Fall gerade in der Stadt sehr praktisch ist. Der E-Scooter ist mit 20 Kilogramm auch wirklich ziemlich schwer, man kann ihn natürlich zusammenklappen und auch mit in die Bahn oder in den Bus nehmen, das funktioniert alles. Ich würde ihn aber nicht unbedingt als Portabel einstufen, da gibt es dann doch welche, die irgendwie nur so um die 8 Kilogramm wiegen, die natürlich eine viel geringere Reichweite haben. In diesem Fall sind 20 Kilo auf jeden Fall nicht leicht. Außerdem würde mir persönlich ein Tempomat wirklich noch sehr gut gefallen, wie bereits angesprochen, wäre das auf jeden Fall noch so eine Ergänzung, die ich im Alltag sehr praktisch finden würde. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden mit dem KQ i3 Pro bin und es mir sehr viel Spaß macht, damit jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Mit 699 Euro UVP ist er natürlich nicht super günstig, meiner Meinung nach aber auf jeden Fall das Geld wert. Man bekommt hier wirklich ein sehr solides Produkt, was über Jahre lang einem sehr viel Spaß machen wird. Daher kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Sehr gerne könnt ihr mir jetzt eure Meinung zu dem E-Scooter unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr schon selber mit diesem oder auch mit anderen E-Scootern Erfahrungen gesammelt. Lasst es mich gerne wissen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Bis dahin, macht es gut. Untertitelung des ZDF, 2020